Ja, hallo zusammen. Ich wollte nur kurz Bescheid geben. 70. Stream ist jetzt online. Ich komme jetzt irgendwann in den nächsten 15 bis 30 Minuten, denke ich mal, irgendwann dazu. Ich nehme das Stream-ist-Online-Video jetzt ein bisschen früher auf, weil ich weiß nicht, was ich gerade mache. Vielleicht wird es nur in 3, 4 Stunden werden, nur 10 Minuten. Ja, heute geht es. The Mark of Cree geht weiter. Crash Bandicoot 1 fangen wir jetzt von vorne nochmal an. Die 100%-Stell, da habe ich richtig Bock drauf. Und zum Ausklang ein bisschen Super Street Fighter 2, wo ich noch nicht genau weiß, bei welchem Charakter ich aufgehört habe. Aber das werde ich schon eh wieder herausfinden. Und ja, nur eine kleine Vorwarnung. Ich bin erkältet. Also ich habe ein bisschen Husten, Halsschmerzen und Schnupfen. Das heißt, ich werde viel Taschentücher verbrauchen. Ich werde mich wahrscheinlich das öfter räuspern und ab und zu wird auch mal ein Huster durchkommen. Nur nicht, dass ihr euch wundert, wieso, weshalb, warum ich da so ein bisschen dann wahrscheinlich vor mich hin sterben werde. Was natürlich nichts daran erinnert, dass ich trotzdem rauchen werde und Bier trinke. Gut, also wenn ihr Zeit, Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr einschalten könntet. Falls nicht, auch nicht so schlimm. Ich werde den Stream gleichzeitig aufnehmen und dann auch irgendwann hochladen auf dem Stream-Channel. Wobei ich mich jetzt gerade frage, habe ich den 69. Stream hochgeladen? Ich glaube, nehme ich noch nicht. Dann werde ich das auch die nächsten Tage immer mal nachholen. Gut, also dann vielleicht bis gleich. Ansonsten, ja, schönes Wochenende und bis hierhin. Also bis dahin. Tschüss, tschüss.